Sie sieht schon meine Krankheit. Und die ist? Verlust der Siegel. Scheiße, die ihr wisst, wieder gestiegen. Das Wachstum ihres Kapital verläuft umgekehrt proportional zu der Anzahl Menschen, die in der Gosse landet. Und ich bin Erik Pekka. Ich werde ihn erschießen. Geld zu berühren ist das Schönste, das es gibt. Sein Geld zu berühren. Eine Ratte! Wenn es keine Bedrohung gibt, dann gerate ich ins Luftsleere. Dann ist nichts mehr von Bedeutung. Ich werde ihn erschienen! Dann lassen mich zurück! Ich werde ihn schauen. Ich höre auf Wakees moons Rollstuhl. Du wirst den Großen eingestellt. Untertitelung des ZDF, 2020